Ego ist. Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Speed Builders mit den üblichen Bekloppten. So da ist einfach mal keine Namen, die ich jetzt hier sowieso generell jetzt erstmal hier die Kunden sind immer anders. So und los gehts. What? Okay es geht aber. Leisure. Leisure for the pleasure. So hoch. So zack zack zack. Jetzt prüfe ich es falsch ab. Nein. Jetzt wird auch noch falsch hin. Ach. Perfekt Match. Bitch. Bitch. Huch. Perfekt Match bitches. Perfekt Match. Perfekt Match. Perfekt Match. Oh Gott. Kein Problem. Easy. Genau mit 30 Sekunden. Echt? Alle? Was? Dann haben es alle. Alter. Einfach ein Tor? Echt jetzt? Oh. Echt jetzt? Ja. Fuck. So. Da kommt der. Was? Da kann man doch. Krass. Oh wo stand das Teil? Wie weit war das weg? Fuck. Oh ja. Das stimmt. Das weiß ich jetzt auch grad nicht mehr. Äh. Deswegen habe ich das. Das ist krass. Das ist krass geblendet. Weil daran kannst du es dir merken. Äh. Buzz. Fuck. Ich habe kein Perfekt Match. Scheiße. Oh Gott. Bitte lass mich. Bitte. Nein. Ich habe es falsch gebaut. Nein. Ich baue es auch falsch. Na komm. Ich habe kein Perfekt Match. Scheiße. Bring doch mal hoch. Wo war das andere? Gras bitte? Äh. Mein Tor sieht scheiße aus. Was habe ich gemacht? Ich habe verkehrt gebaut. Ah da. Ach. Ich habe gedacht das müsste Synchro. Äh. 75. 75. 95. Oh nein. Boah. Lack gehabt. Boah Arni noch. Das gibt es doch gar nicht. Habst du Fabian? Ich habe 33 gehabt. Ähm. Alter das ist zu weit vorne. Ach. Mando. Uckli Steve. Uckli Steve Alter. Uckli Steve sieht echt ugly aus. Der ist wirklich ugly. 1, 2, 3, 4. Scheiße Alter nein. Okay. Fuck. Was war unten? Was hat er für Füße gehabt? Das ist eine gute Frage. Er hatte keine Füße. Was? Nein. Ich habe alles verkackt. Uckli Boots. Ihr baut für mich gerade eine Roboterarmee. So sieht das nämlich aus. Baut meine Kinder. Baut sie. Damit er irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen kann. Uckli Steve. Uckli Steve Alter. Er obert die Welt. Was sagst du? Du müsst so ungefähr hinkommen. Da ist jemand ganz ganz weit äh noch weg. Ja das bin ich. Da steht nur die Hose. Was geht ab? Perfekt Match. Nein. Ich habe die Hände vergessen. Ich habe das Gesicht noch nicht hingekriegt. Ich bin raus. Scheiße. Ich bin raus. Scheiße. Nur 37. 38. Tschüss Aron. Tschüss. Ich habe nur die Hände und den Ding jetzt vergessen. Die Augen. Ich habe die Hände falsch gemacht. Ich habe die Hände und den Unterhalt vergessen. Was denn? Wo war ich das denn? Ein kleines Hundelein. Ach du Scheiße. Solche Dinger hasse ich. Oh der hat Ohren. Oh der hat was. Was ist denn das? Das sind so Klappen alter. Alter was. Was ich habe. Ich war zu sehr mit den Ohren beschäftigt jetzt. So ich hoffe mal das kommt da hin. Hätte das nicht Ugly Dog heißen können? Ja immer noch besser als Fabi. Hauptsache das. Bitte? Ja gut. Hat er nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Iman war schon mal erster. Ach Quatsch. Ja war ich auch schon mal. Ne. Nein war ich nicht. Das ist eine Legende. Die Mann. Ja? Ja ne. Sieht gut aus bei dir. Bei dem anderen sieht scheiße aus. Parder was ist das für ein Kopf? Scheiße. Wo ist Parder? Nein. Perfect Match. Kill me please. Ich bin raus. Hatte der Ohren? Ne der andere ist scheiße. Der hatte keine Ohren. Meiner ist Perfect Match. Oh nein. Der hat 60%. Boah hast du Glück gehabt ey. Der hat die Füße falsch gebaut. Der hat gar keine Füße gehabt ja. Oh Sunny Flower. Okay das geht so. Boah das geht eigentlich. Zwei und noch drei. Merkt ihr wie es hinten aussieht Junge. Kackten erstmal Fabi. Wo ist jetzt die scheiß Mitte? Fabi wo bist du? Da bist du. Mushroom. Hey Junge. Hey. Diese scheiß Viecher alter. Scheiß älte Fische ey. Parder. Parder ich sag dir. Der ist im Tunnel. Im Tunnel. Kriegt nix mehr mit. Perfekt Match. Erster. Jawoll. Wow nicht schlecht. Da ist Simon. War ich einfach. Ah fuck ich glaub ich bin. Perfekt Match. Parder. Da hat jemand verkackt würde ich sagen. Nein ich hab keinen Perfekt Match. Warum nicht? Hast du das hoch genug gebaut? Oder die Blätter? Eigentlich ja. Er hat die Blätter falsch gemacht. Er hat die Blätter falsch gemacht. Oh ich hab's doch falsch rum gemacht. Scheiße ey. Egal du bist weiter als der andere. Ja. Uhhh. 88%. Ja an den Blättern lass wahrscheinlich. Wunderbar. Kein Problem. Ja jetzt seh ich's auch gerade. Genau. Ich hab die kompletten genau falsch rum gemacht. Scheiße. Oh mein Gott. Oh was. It's easy I promise. Ach du Kacke. Alter nein. It's easy I promise. Jawoll. Nein. Nein. Oh es wird doch vorgegeben. Wie nice. Hä? Achso ja dann. It's easy I promise. Steht doch da. Ich weiß nicht ob das passt. Ehhhh. Alter. Ja das weiß ich auch gerade echt nicht. Ich beneid jetzt echt Leute mit dem fotografischen Gedächtnis. Mh. 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 Der kommt da hin. Der kommt da hin. Wie baue ich denn das mit den Türen? Ähhhh. Warte mal. Hier habe ich einen Block irgendwie zu über. Türen setzt du einfach hin oder nicht? Geht das nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr wie die Türen waren. Ich weiß nicht wie das. Ich hab keinen perfect match. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht wie die Türen waren. Weil denn die Türen falsch sind. Fuck. Ja meine Türen sind auch falsch. Ach da waren Türen. Ne die Türen waren richtig. Ach nein die hätten einen weiter nach hinten. Die hätten einen weiter nach hinten. Ich hab 28. Ciao. Häh? Häh? Achso. Da war doch gar nichts mehr un... Bei einem von mir war gar nichts angezeigt. Du hast doch... Du hast doch... Du hast doch einen Block. Ja ok. Oh nice. Alter Latz. Was ist das? Ne Torch. 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 Ja da war das Ding richtig legen. Hab ich ganz schnell. Ne Torch. Ne Torch. Ne Torch. Ne Torch. Ne Torch. Alter. Alter. Alter Alter. Ne Torch. Alter. Ne Torch. Alter. Is Torch. Alter wie er es gebaut hat. Schon wieder. Da Papa ist ja wohl. Pada oder Piper tot? Na Piper ist besser bis jetzt. Ja da gibt's wohl Pada tot. Oh, na, das ist ein Pader tot, fühle ich auch, wenn ich titten Ich habe falsch angefangen mit Bauen Naja 80% 60 Ein bisschen freuen muss man sich ja, ne? Ja, kannst du doch Das ist super richtig So, Piper, jetzt gib mal alles Ich werde nicht widerlich wirken, oder was? So, jetzt Ach, du Scheiße Nog, Nog, Alter, komm Alter, zwei Häuser Okay Hau mich doch nicht an und weg So, ne, der kommt dahin Der kommt dahin So, warte mal, blau war hier Der hat schon's Wortehaus gleich fertig Was? Kein Druck, kein Druck Ja, ja, kein Druck Ich freu mich schon, ich freu mal das Ding, ey Ich mach schon mal Dikt auf, die Seite Ja, das ist gut, ja Das ist Wörterbuch Zack, zack, zack Ich will die Dinger aber direkt dann zu Hause, die Kürbisse, gell? Ja Ja, mach ich gleich, warte, warte, warte Mach's jetzt, dann bist du Hast du ja noch, hast noch, hast noch Hast noch Easy Oh, ich hab schon die Dächer Okay, Pima, das sieht aus Easy Pima, das wird nix Pima, das warst du schon Das wird, glaub ich, der andere gewinnen Ach, Kacke Diese Steindächer drauf schon Ja, die Also, wie mal die abgehen, ne Zweiter ist doch super, ey Oh, 60% Scheiße Ja, die Kürbisse kommen direkt vor Rechts Ja, wollte ich auch noch machen, aber Du weißt ja, Zweiter ist der erste, letzte Oh, ja, der hatte nur einen Stein falsch Sonst, der hat ja Perfect Match gehabt Ja, die wünsche Pau Ah, ja Ah, eine Paar Eine waren wir noch, oder? Eine und eine waren wir noch Jetzt war ja schon wieder der Beste von uns, ne? Finde ich gut Langsam, langsam kommt's, ey Langsam klappt's Wunderbar Macht doch Spaß, muss ich sagen Die grauen Zellen werden langsam wieder so ein bisschen angereizt Aber wie ihr schon sagt, ich find's auch besser wie Master Builders Weil Master Builders ist irgendwie immer so, dass es immer irgendwie die gleiche Scheiße Ja, das abstimmen Kenn ich nicht, Master Builders Hab ich nie gespielt Hast du nie bei uns mal zugeguckt, Mensch? Pieper Leider bin ich da noch nicht zugekommen Es ist mir echt sehr unangenehm Nächste Woche ist Klausur, wenn du bis dahin nicht weißt, wie Was wir alles schon gebaut haben Wie oft Rainbow schon vorkam, wenn du das in den Folgen Dann tut's mir leid Okay, ein Viererblock Ein Dreierblock, ein Viererblock, was ist das anders? Und da haben wir nochmal ein Vierer, der nach innen tagt Das ist alles Abstand Okay Komm So, zack, zack, zack Im Fix sein Kein Perfect Match, doch Jawohl, die gewinnern Der oder die gewinnern Ich weiß nicht, ist das ein Mann oder eine Frau? Name? Nein! Sorry Perfekt Match Perfekt Match Perfekt Match Perfekt Match Perfekt Match Nein, kein Perfekt Match Ah, nein Ah, nein Ah, nein Ah, nein, das ist nicht das Spiel für dich, ne? Ah, nein, das ist doch super cool, Alter Ah, nein, das ist falsch Es gibt andere Games Nein, 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 ich hab's noch einsetzt, nein, ich hab's... Ah, ich hab's noch richtig gebaut Doch, war richtig, doch, war richtig, sah falsch aus Aber ich glaube, du bist trotzdem raus Ich hab's noch richtig gebaut gehabt Oh, hast du nochmal Glück gehabt, Alter Ach, das war das, war's gar nicht, du Arnold, du musst dir einfach nur so ein paar Punkte merken Und nicht gleich das ganze Bild Ah, nein, richtig Wo du was hinbauen musst Oh, nein Was zum... Okay, okay, hoch, jetzt bin ich runtergefallen Drei Ich hab nie die Dinger, zwei Nein, ich bin runtergefallen Drei, 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 okay Ich fang mal hier mit mal an Ich hab schon verknüpft Immer diese negative Energie, Arnold Was ist denn? Das ist schlimm, ne? Ich bin realistisch einfach Wollt ihr? Nein, du bist traurig Das ist auch noch Komm Ah, jetzt muss ich nur gerade gucken, wie ich diese Dinger hier hinbaue Wenn wir... Ach, die kommen da drast... Achso, okay Gut, dass man bei seinen Gegenüber abgucken kann Mh, hab ich auch gerade gedacht Hoch, komm Kein Perfect Match, das ist schon mal schlecht Perfekt Match Nein, nein Boah, das war ganz krass Viel hat mir auch nicht mehr gefehlt Oh, shit Viel hat mir auch nicht mehr gefehlt Ich glaub, ich bin raus, ey 61 65 77 100 75 Ja, nächste Pieper Ach, ich hab's da... Da kamen die Büsche hin Ich hab die Büsche falsch gesetzt Ja, immer da Busch, gell? Geis, ey Immer der Busch, ey Immer der Riesen-Busch, alter Ihhh Oh, das hatten wir, glaub ich, schon mal Ne Ne, wir hatten alles Alter, die Knöpfe, musst ihr noch merken Ey, die Knöpfe ist ekelhaft Na, die Knöpfe, ist dann einfach Oh, ich wusste gar nicht, dass es so viel ist Ah, habt ihr euch gemerkt, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Grotfarben hinkommen? Ja Ja, ja Ja Da hab ich noch vor Arnold rausgeflogen, das ist mir peinlich Das wär mir auch peinlich, ey Ja, das wär... Könnt ihr bitte mein Gesicht und meine Stimme zensieren am Anfang? Nein, du kommst riesiges Gesicht Du kommst aufs Thumbnail Nein Komm Scheiße So, gucken, Perfect Match, ja oder nein? Nein, scheiße Oh, es ist doch andersrum die Farbe Ich hab mich geirrt, ich hab dir gedacht Und? Letzter Button Perfect Match Ah, ich hab einen Vertausch, egal Ich hab's helle unten und es ist ein dunkle oben Nein! Zwei Buttons haben gefehlt Oh, geil, ich bin der Einzige für ein Perfect Match Einzigste, sagst du? Ne, die Dings Aya hat's auch 50%! 90%! Oh nein, tschüss, Fabi! Nein! Arnold hat an, Alter, der macht Screenshots oder so Aber ich hab nicht 20% mehr als du, Fabian, ich weiß auch nicht warum Ach, scheiße Ich hab an, sagst du? Also jetzt brauchst du echt ein aledetisches Gedächtnis hier, ey Es sind verschiedene Farben Das waren zwei Rot-Töne Ich hab... Siebenrot beginnt, siebenrot beginnt Siebenrot beginnt, weiß? Weiß beginnt, hast du gesagt, mit acht, oder was? Ich darf ja nicht helfen, aber von schwieriger machen hat keiner was gesagt Hier ist der Pool, wo stand es? Ist es ein geiler Baum? Ein, zwei, drei, vier Klapp, stand hier Ordentlich wie Zuckerstein Eins, fünf Drei Oh, ich glaub ich hab's falsch gebaut Oh Mann ey Perfekt Match! Ich glaub ich hab's eins daneben, werd ich gleich sehen Nee, sieht gut aus, Bunde Nee, Perfekt Match hab ich nicht, dann hab ich's falsch gesetzt Ah, du hast das... Scheiße Scheiße, ich hab den Eim zu weit gebaut Du hättest deinen Schnee da an Rand... Ah, nee, obwohl eigentlich Nee, ich hab's eins zu weit nach rechts gebaut Ich hab... Nein, ich hab das... Ich hab mein Ding nicht richtig gesetzt Ich bin drauf Tschüss Arnold Tschüss Wie viel hattest du Arnold? 31... Ich hab meine Zuckerschange nicht genau in die Mitte gesetzt Ich auch nicht Deine Zuckerschange! Ich hab noch mal 36% Das bitte mal abspeichern und in irgendein anderes Video reinschneiden mit einem total anderen Kontext Von der Mitte anzufangen Schön von der Mitte anfangen Das kommt dann auf PadaPo an Ich hab meine Zuckerschange nicht mit dir Pada, ich hätte von der Mitte angefangen Arnold, das kleine Zuckerschange Hättest du mal die Fresse? Ich hab nie gesagt, dass die klein ist Ja Aber süß So ein bisschen von der Mitte Du hast mich total durcheinander gebracht, du Wohntje Ja, sorry Zuckerschange, PadaPo Aber du hast es falsch gemacht Ich liebe meine Zuckerschange Arnie, du bist da jetzt aus dem Spiel rausgeflogen, dann geh dir doch bitte noch ein paar Oberteile kaufen Bist du nur neidisch, dass ich ein anderes Oberteil habe? Hättest du meine Fresse geraten? Ja Alter! Scheiße! Ich jetzt oder was? Pada! Pavi! So Normalerweise Normalerweise wenn bei Pada was schief läuft, bin ich das immer gewesen Auch bei Dark Souls die ganze Zeit Pada, geh dir mal ein paar Oberteile Pada, du bist ein Fisch offiziell 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 Du hast mich rausgebracht Nö Simple living room Simon Mhm, so einfach Aber so einfach sieht das living room nicht aus, du So, wo baust du jetzt hin? Alles verkackt Ah So, dann Bunte, du musst jetzt die Fahne hochhalten Du musst die Ehre retten Ja, alles klar Simon Scheiße, falsch Simon, wo bleibt der Teppich? Simon, noch gar keinen Teppich Und noch gar keine Tischplatte Und noch kein Licht Simon, ich hab kein Licht Simon, es sieht gut aus Los Treppich noch, die beiden Lichter drauf, dann hast du es geschafft Komm, du schaffst das Komm schon Hey, komm, Simon Simon Simon, noch ein Licht Geh auf die Treppe Nice Perfect match, Simon Wunderbar Hat der andere verkackt oder was? Ne Keiner Perfect Match geschafft? Aber es ist, es kam jetzt nicht, es ist impressed Das heißt, irgendjemand hat's falsch Ist doch alles gut aus Ich weiß auch nicht, wer jetzt was hat Ne, einer hat Der einer hat die Blöcke nicht hingemacht und in die Laternen Ah, der, ja, da fehlen die Blöcke unter den Lampen Ha, du Loob, alter Pass ab Du Looser Ja gut, komm Bude, hol den Pott Mein Handy Hotline Bling Oh, das ist aber easy So, hey, die sah mein erstes Handy aus Sieht fast aus wie dein Charakter Ja, schon von der Farbe her Ey, das sieht aus wie mein Handy Ja Nokia Ja, sicher Nokia 6210 oder wie das heißt Wenn das Ding wieder verschwindet Dann guckt schon mal an die Stelle Wo ihr euren ersten, äh, Stein setzen wollt So mach ich das immer Ja, mach ich auch immer Ja, mach ich direkt Damit du dich ein bisschen orientieren kannst Los, sieg, sieg auf dein erstes Nice Nice Yes Is impressed 18,9 Oh shit Das, das, das hat man schon mal Das hat, das hat, äh, Paarisch mal das Leben gekostet Moment, wo kam der, der kommt Da vorn Zwei nach da und eins nach da Ich guck einfach hin Das hat mir schon mal das Leben gekostet, ja Ich wollt's grad sagen, Alter Wenn du irgendwas Schwieriges hast, guckst du da als erstes hin Mach ich zumindest immer Oh shit Einer oben drauf Einer oben drauf, jawoll Und auf der Anderecke genau das gleiche Gegenüber die Ecke Die war größer Die war größer, ja Und dann noch einer bei der großen Ecke Genau in die Ecke Genau in die Ecke Genau in die Ecke Und dann auf die Gleise Links daneben Genau Komplette Linie durch Ja, ja Ich glaub Ja, eine Fackel Ja, eine Fackel zu dem, äh Hier hinten zu dem anderen Links Links hinten Nein, links hinten, Simon Links hinten Links hinten Ja, hinten, Simon Nein, hinten, hinten! Nein, hinten, hinten! Nein, hinten, hinten! Oh nein Nur auf die Fackel war falsch Der Rest hat alles gestimmt Hat der der Perfect Match? Der hat er Der Perfect Match, ja Oh da, ich glaub die Fackel nicht mehr gewusst Oh scheiße Gut Die hab ich aber auch nicht mehr... Darauf hab ich auch nicht mehr gedacht Das blöde ist, du konntest dich abgucken bei dem anderen, weil das genau in der anderen Richtung war die Fackel Doch, glaube die Assassin Das war ja... like thấy kein haste gedacht, dass, das war so als ... als, ähm, als Weiche irgendwie so eingebaut Das war die zweite Runde, gell? Ja Das war die zweite Runde, ja Ja gut, spannendes Schreifinale Oh nice Geil, Alter Dafür abschieden wir uns wie Viel Lobby Super Viel Dank für's Zuliest Worum dass man da noch noch mal Macht's Gut Night Tschüssi Holululu Toho Vielen Dank.